Das Penneberger Baumschulland ist eines der größten zusammenhängenden Baumschulgebiete der Welt. Ideale Boden- und Klimabedingungen ermöglichen hier seit mehr als 200 Jahren die erfolgreiche Produktion von Gehölzen. Derzeit gibt es in Schleswig-Holstein rund 400 Baumschulbetriebe. Davon befinden sich 300 allein im Kreis Pinneberg. Das gebündelte Know-how im Holsteiner Baumschulgebiet bietet die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung. Die Baumschulwirtschaft im Norden sorgt mit mehr als 3000 festen Arbeitsplätzen für ein sicheres Einkommen ihrer Beschäftigten und deren Familien. Im internationalen Vergleich zählen die Baumschulen Schleswig-Holsteins zu den modernsten Betrieben ihrer Art. Jährlich steigende Exportleistungen sind ein Ausdruck dafür. Die Nähe zu Hamburg, dem Hamburger Hafen und der damit verbundenen Infrastruktur ist bis heute ein wesentlicher Vorteil für den weltweiten Transport lebender Pflanzen. Die frühe Bildung einer starken grünen Gemeinschaft hat zum Erfolg des Pinneberger Baumschullandes beigetragen. Hier bieten die Baumschulkulturen Vielfalt statt Monokultur. Grün ist Leben, Baumschulen schaffen Leben. Mit diesem Motto wirbt die Baumschulwirtschaft seit Jahrzehnten. In den Gärten und Anlagen des Pinneberger Baumschullandes spiegelt sich die bedeutende Züchtungsarbeit der über viele Generationen ansässigen Baumschulfamilien. Unsere Mitgliedsbetriebe blicken mit Stolz auf das Engagement der vielen Menschen, die sich dem Erhalt der Baumschulkultur im Kresspinneberg widmen. Das Deutsche Baumschulmuseum, das Rosarium Uttersen und das Arboretum in Ellerhut-Thinsen sind Beispiele solchen Engagements. Unsere Pflanzen begrünen nicht nur Städte, private und öffentliche Anlagen, sondern auch Obstwiesen und die freie Landschaft. Mit Gehölzen vom Alleebaum bis zum Zierstrauch liefern wir alles, um unsere Umwelt lebenswert zu gestalten. Das trägt zum Anhalt der biologischen Vielfalt bei und ist von großem Nutzen für die Gesellschaft. Als Arbeitgeber Wirtschafts- und Berufsverband der Baumschulbranche setzt sich der Landesverband Schleswig-Holstein für bestmögliche Rahmenbedingungen seiner Mitgliedsbetriebe bei Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein. Unser Credo – starke Partner für starke Betriebe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017